hallo meine freunde und herzlich willkommen ich begrüße euch zu einer neuen folge the forest mit packender und spannender action zusammen mit dem paraderos viel spaß dabei vorsichtig ich helfe noch mal schnell ein bisschen mit ach jetzt eine kettensäge was feines immer diese industrialisierung das ist auch ein bisschen doof man geht erst los wenn man sich eine base gebaut hat also wenn das schlimmste vorbei ist und dann findest du die kettensäge mein gut wir haben ja dann noch nicht so ist ja nicht also habe ich weiß was es noch zu bauen gibt und das bedarf auch noch einiges an holz also dieses seilrutschen und so was finde ich schon geil ach so wagen ist voll da kannst du die baumstimme gleich direkt zum haus schicken ach ist das so ja warum baum war das nicht kann du kannst die baumstimme dann aufladen zwei stück was fragen hingehen und sagen einigen und weg schicken ja dann machen wir es jetzt ganz direkt dann kann man hier eigentlich von hier oben eine seilrutsche zum haus in bauern ja auf jensten direkt unten obwohl unten zum lager direkt direkt muss schauen wie ich was kann ich so ich mach mal eben die dinge zu leer hier kann ich von hier aus bauen perfekt das ist natürlich ja den drei stehende seilrutsche baum seil rutsche aha ach das heißt baumseilrutsche weil sie für bäume ist und nicht weil sie von baum zu baum geht na 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 ich habe ich habe das gesehen er ist es hat grong nämlich immer glaube ich missinterpretiert er weiß das nämlich anscheinend auch nicht es gibt dafür also probiere jetzt nein das ding sollte von hier oben wo ich bin machen oder musst du die dann immer genau dahin schleppen ja du musst sie oben ein ja ich würde sagen dann mache ich die von hier halbwegs mit ich ja so dann müssen wir gucken dass wir die immer schön dahin fallen lassen dann lohnt sich das auch dann mache ich jetzt mal folgendes dann sollte ich ja eventuell mal den seilen wann sein direkt vor die hütte oder also vor eingang von lager ja dann kann man die mich mal von da aus rein schleppen wo aber kann ich dann die treppe hin bauen da muss ich dann auch fünf seile und zehn umstände seile habe ich gar nicht ich brauche die seile ich habe die seile vier stück was vier seilen ja korrekt lochsäge wo ist diese lochsäge hier oh bin ich dumm in drei macht wie unser boden hat ein loch seile stellt man wie her mit tüchern ist aber relativ teuer sage ich direkt vorweg kommt ein seil stellt man mit büchern her tücher einfach nur tücher zusammen knüppeln und wie viel weiß ich nicht bis es klingt 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 hilfe hilfe ja komm rein komm rein ja leichter gesagt dass wir jetzt stunden so viele weiße lauf ins haus schließt ab und komm rein was die haben mich sowas von weg genug und irgendwo davor vor der terrasse warte dann euch schnell die ich kann die treppe nicht bauen ich brauche heute dafür shit ja mein totenkopf fühlt sich langsam haschzeit und abgehauen die haben nicht gelegt und sind abgehauen wo sind die hin abgehauen muss erst mal wunden lecken das ist dann auch gleichzeitig perfekte flucht hier unten in unser lager weil die uns hier nicht rein folgen können muss ich schon schauen tücher also stoff ja aber wie viel brauche ich das wird mir gar nicht angezeigt auf diesen grad ja jetzt so ich brauche hier auf jeden fall jetzt ein paar baumstämme hier unten drin um da mal schnell die treppe rein zu zimmern dann können wir nämlich unten immer gleich rein flüchten ich lege eins in die mitte da kann ich auf dieses rad gehen und hier drin ein seil sieben stoff ah ich kann nur so und so viele seile schleppen ich habe zu viele seile ja ja jetzt jetzt vier stück oder drei stück kannst du tragen ja ich habe vier stück kaufe die lassen mich jetzt waren aber auch viele alter ich habe die nur vorbeiflitzen sehen das stück war uns glaubt na so jetzt heute so zeile passen ja ist gleich fertig voll geil vor allem du kannst dann auch drauf springen und dich blitzschnell zu deinem lager rutschen lassen hier reingehen fertig ach was ja du kannst die seile rutsche war es sinn des wortes was fallen die da unten jetzt einfach ab oder wie läuft das liegen neben der rutsche jetzt ja man muss auf jeden fall ein bisschen abstand lassen sonst fallen sie runter und aber man muss auch tatsächlich immer hier oben hingehen sonst funktioniert das gar nicht aus dem als erstes mal die treppe fertig damit unten im keller ja bin ich auf dem weg die idee war doch nicht schlecht ja die ist mega alter das hättest du mal gleich sagen sollen dass es sowas gibt den kannte ich tatsächlich auch nicht ey vor allen dingen die ist die entfernung ist unbegrenzt du kannst davon weiß gott wo dieses erste u von der seilrutsche bauen dann läuft halt dorthin wo sie hin soll das ist doch viel geiler als jedes mal mit dem ollen wagen hier ja und schon ist das holz unten und du kannst das zeug viel schneller mit dem wagen dort oben hin bringen und dann rein so zack 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 und dann kommt das zeug runter ja also jetzt muss ich essen tat was auf jeden fall treppe ist fertig und wollen wir es noch weiter hoppen dann hätten wir sie oben hingebaut ja auf die terrasse dass wir sie direkt auf die terrasse rutschen lassen ja wobei ja gut deswegen baue ich ja hier die treppe das war jetzt von hier unten direkt hoch können ja da oben wo ich jetzt stehe weiß ich ja doch gesagt und dann kannst du hier gleich hoffentlich reinbauen feinde ein großer renn vor einer daher ja du kannst direkt jetzt hier durch den keller laufen und oben bauen das ist korrekt man muss leider um hochzukommen einmal springen irgendwie habe ich die treppe doof gebaut naja man muss echt noch ein bisschen üben wie faul ist dass du handhabt ich sag mal so ist so weiter geht das große holz fällen wir brauchen noch 89 baumstämme vor allem lege ich mal genau die hier um die in unserem haus stehen ich wollte die energie auffüllen lassen hier kommt doch schon wieder an wer oh gott das steht genau hinter mir den habe ich nicht gesehen ich auch nicht ich habe mich schon wieder umgehauen was geht denn ab naja weil die keine energie mehr hattest ne ja ich wollte gerade ein spade äh was trinken ja ich wollte gerade fragen ob es klappt oder ob es klappt klappt den nehme ich mit zur strafe wird ein waum das ist gar nicht so blöd gemacht da ist er ja wieder fertig fertig und 8 ofen ofen mit heute gibt es frischen eingeborenen das ist weg ist er wieder sitzt auch am feuer sowie wir wollen kurzen ja es wird könnte ja ganz gemütlich werden leider 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 hätte ich ich hätte die wände mal erziehen aber blöd ist wenn man hier unten rein rennt dass man gleich gegen das steinlager rennt apropos steinlager habe ich gar keine steine ein das ist auch schon voll ja ich habe da auch eins ein oder zwei habe ich gefüllt das gibt es doch nicht alter die können ja nicht alle voll sein sammeln wir wieder ein paar stöcker bühler rein voll was klein angeht was was stein ja ich habe steine besser ja eigentlich steine ein steinlager fertig für eine mauer können wir steine gebrauchen aber sonst wüsste ich echt nicht wofür man so viel steine braucht wenn man sie wenigstens schmeißen können die großen ja kannst ja nur die kleinen schmeißen oben auf die zweite stockwerk wenn sie unten sind von oben auf sie drauf werfen das wäre ja mittelalter style hätte doch mein roter balken muss aspirin nehmen ja habe ich gerade eine neue pflanze entdeckt okay jetzt nimmt sie erst hat mich wahrscheinlich bloß wieder fit gemacht ja eigentlich steigt das dann ganz langsam eigentlich steigt das dann ganz langsam so jetzt jetzt nämlich so jetzt dass das jetzt hier